Ja, einen schönen guten Mittag. Schön, heute bei euch zu sein, mit euch gemeinsam über solche wichtigen Themen nachzudenken, wie wir das tun. Wir wollen uns jetzt so in diesem Part von mir ein bisschen auseinandersetzen mit ganz praktisch dieser Frage, wie können wir mit eigenen Glaubenszweifeln umgehen, aber auch, wie können wir als Leiter, als Leiterinnen damit umgehen, wenn Leute in unseren Kirchen, in unseren Hauskreisen, da wo wir Menschen begleiten und betreuen, ja, Glaubenszweifel haben. Ich finde es richtig stark, dass wir in diesem Setting uns damit auseinandersetzen, weil irgendwie gehört es ja, wenn man ehrlich ist, jetzt nicht so zu den Themen, die so positive Gefühle bei einem auslösen, oder? Also man spricht in der Kirche gerne über Menschen, die zum Glauben kommen, über neue Standorte, die man gegründet hat, über Wunder, die man erlebt hat, über Gebetserhörungen, aber jetzt so in der Kirche darüber zu sprechen, es gibt auch Leute, die ihren Glauben ablegen. Das ist jetzt nicht so unbedingt die Atmosphäre, die da hochkommen, wo man sich denkt, wow, da geht die Post ab. Aber doch ist es was total Wichtiges, sich damit auseinanderzusetzen, denn wir wollen Menschen für Jesus erreichen, ja, und Evangelisation spielt zu Recht in unseren kirchlichen Kreisen eine sehr große Rolle. Aber es ist genauso auch wichtig zu gucken, was sind denn Punkte, die Menschen dazu bringen, ihren Glauben auch wieder abzulegen. Also weißt du nicht, wie es dir so geht von den Büchern, die du liest, von denen, wenn du an einem theologischen Seminar an der Bibelschule warst, wie viel diesem Thema Zeit gewidmet wurde. In meinem Theologiestudium wurde viel dem Thema gewidmet, viel Zeit dem Thema gewidmet, wie man Menschen erreichen kann, wie man neue Gemeinden gründen kann, welche Tools es gibt, Leute aus verschiedenen Kulturen zu erreichen mit dem Evangelium, welche Faktoren irgendwo eine Rolle spielen, dass jemand eine Entscheidung für Jesus kriegt. Und es ist gut, dass wir evangelistisch unterwegs sind und nicht nur, ja, mit so einer Haltung irgendwie unseren Glauben leben, uns selber wie so ein Schwamm immer weiter aufzusaugen, aber diesen Schwamm auch nie mal leer drücken, sondern wenn der Input zum Output wird, aber was wir anders als vielleicht Hände am Ende von einem Gottesdienst, wo wir, Hände zählen oft am Ende von einem Gottesdienst, wie viele Leute sich jetzt für Jesus entschieden haben, von uns nicht so statistisch erfasst wird oftmals, ist, wie viele Menschen vielleicht auch wieder ihren Glauben ablegen. Was Faktoren sind, dass Menschen sich gegen ein Leben als Nachfolger Jesu entschieden haben. Was wir als Kirchen dazu beitragen können, dass es vielleicht weniger Menschen werden. Also jeder, okay, ich weiß nicht, wie das geht. Da mache ich so das Recht, wir hätten vorher den Technik-Check machen müssen. Ich bin, was das dann geht, ein Boomer, also sorry, alle Boomer, aber ich bin technisch gesehen, ich sehe jung aus, aber was das dann geht, ein Greenhorn. Sorry an all die Boomer, vor allem an all die, die sich damit besser zurechtfinden als ich. Ja, also ich weiß nicht, wer von euch selbstständig ist und am Ende des Jahres mit seiner Firma eine Billionz zu machen hat. Man rechnet ja nicht nur, was für Einnahmen kommen rein, sondern man guckt auch immer, was für Ausgaben hat man. Und wo gibt es Ausnahmen, die man auch verhindern könnte? Nicht jede Ausgabe kann man verhindern. Es gibt welche, die sind einfach da, da kann man faktisch nichts dran ändern. Aber es gibt welche, die kann man verhindern. So, es gibt Gründe, wegen denen Menschen ihren Glauben an Jesus ablegen. Da finde ich das total tragisch und traurig und mir tut es für jeden Menschen weh, der sein Glauben an Jesus aufgibt. Und jeder Mensch, der sein Glauben an Jesus aufgibt, ist einer zu viel. Aber es gibt Gründe, da muss ich sagen, bin ich von meinem Gewissen her vor Gott und kann sagen, ja, es ist schade, aber da kann man in dem Sinne nichts machen, außer, dass Gott vielleicht eingreifen könnte und den freien Willen des Menschen durchbrechen. Aber das wäre jetzt auch nicht unbedingt ein Gottesbild, wie wir uns das vorstellen. Alles okay, ist jetzt bei mir oder? Ja, nächstes Mal nutzen wir die Pause dafür. Ja, es gibt Gründe, da kann man nichts machen, sage ich mal so blöd. Wenn jemand sagt, hey, mich überzeugen bestimmte Punkte nicht, bestimmte Punkte mag ich an der christlichen Weltanschauung nicht, mit bestimmten Sachen habe ich mein Problem, da kann ich als begleitender Seelsorger, als Pastor, als Christ, als Christin irgendwo mit einer Seite stehen und nach bestem Wissen und Gewissen jemandem versuchen zu vermitteln, ich glaube, der christliche Glaube ergibt Sinn und ich glaube, du kannst nichts Besseres machen, als Jesus nachfolgen, aber es gibt so einen bestimmten Bereich, auf dem hat man auch keinen Wirkungskreis mehr, da kann man nicht drüber verfügen. Und da nimmt auch Gott sogar hin, jeden Tag aufs Neue, dass Menschen sagen, ich bin raus. Aber wo es mir wirklich leid tut, wo es mir wirklich richtig, also wo es mir noch mehr leid tut, wo ich das unglaublich tragisch finde, ist, wenn Menschen ihren Glauben abgeben, wegen Punkten, die aus meiner Sicht völlig unnötig sind. Wo es ist, weil sie bestimmte Dinge für falsch halten, wo sie die Bibel für unglaubwürdig halten, in Punkten, wo ich denke, da hätte es eigentlich gute Argumente gegeben, die sie aber gar nicht kannten. Wo Menschen Verletzungen erleben in Kirchen, die nicht hätten es sein müssen. So, ich habe jetzt vor ein paar Tagen jetzt von euch, von einem eurer Standorte so einen Kurzclip gesehen, den fand ich richtig stark, wo einer eurer Pastoren, ich glaube, Massimo hieß er, an der Seite, habt ihr einen, gegen eine Opferkultur, wie sie heute in unserer Zeit auch oft da ist, gesprochen hat. Das war nicht so stark. So, wir als Christen sollten nicht Opfer sein, die sich daueraufwendet fühlen und wegen allem Möglichen dann von Church, Church sprechen. Nichtsdestotrotz, da, wo es wirklich passiert und Menschen wirklich durch geistlichen Missbrauch und so weiter gehen, da finde ich das unglaublich tragisch, wenn das Punkte sind, die am Ende Menschen dazu bringen, zu sagen, ich will nicht mit Jesus gehen. Okay, super. Das ist schon mal sehr gut. Vielen Dank. Mega. Ja, wenn der Referent nicht so gut vorbereitet ist, dann ist es auch super, wenn da spontan Leute einspringen können. Und ihr seht, mein Bildschirm ist viel zu voll, dass, ja, immer zu viele Fenster auf. Ja, da finde ich das wirklich tragisch, wo ich mir denke, ey, da gäbe es so gute Bücher, leider oft nicht auf Deutsch, das ist auch mit ein Problem, wir brauchen mehr im deutschsprachigen Raum. Ey, da gäbe es so gute YouTube-Kanäle, da wird auf genau diesen Punkt, was du gerade vorbringst, eine gute Antwort zugegeben, oder? Ja, ich weiß noch, ich bin auf so eine Website gestoßen von einem Ex-Christen, das ist schon Jahre her, und er hatte lauter angebliche, aus dem Zusammenhang gerissene Prophetien im Matthäus-Evangelium angeführt, die für ihn mit einer der Gründe waren, warum er seinen christlichen Glauben abgelegt hat. Und dann sitze ich in meiner allerersten Stunde am theologischen Seminar im Evangelienunterricht und ich habe diese Website aufgeschlagen und ich habe unserem Dozent die ganzen Punkte one by one vorgelesen und aus dem Stehgreif raus hat er auf jeden einzelnen Punkt eine für mich wirklich plausible, gute Antwort geben können. Ich dachte mir, Mann, hätte der mal nicht so früh diese Entscheidung getroffen. Das ist interessanterweise etwas, was John Marriott herausgefunden hat in seinen Studien zu Glaubensdekonstruktion. Er ist der Leiter vom Bereich Intercultural Studies an der Biola University und hat mehrere Bücher und auch sein PhD dem Thema Glaubensdekonstruktion gewidmet und seine Beobachtung ist die, dass Menschen überdurchschnittlich oft ihren Glauben relativ schnell ablegen und sehr schnell kapitulieren, wenn sie auf intellektuelle und emotionale Herausforderungen stoßen. Das gilt nicht für alle, das sagt er auch ganz klar, aber viele finde ich interessant, meine Beobachtung auch, sind da irgendwo vor diesem großen Nichts und haben das Gefühl, es gibt eigentlich gar nichts, was es zu diesem Thema zu sagen gibt. Mein Pastor kann die Frage nicht beantworten, ich selber weiß keine, was mache ich jetzt und deswegen ist es so gut, dass wir in solchen Tagen wie heute aufmerksam machen auf die Angebote, die es gibt, auf die Bücher, die es gibt, auf die Podcasts und so weiter, wo sich Menschen den schwierigen Fragen widmen, die viele von uns rumtreiben. Ja, heute werden wir in der Zeit, in der wir leben, mit Fragen, mit Einwänden, mit Themen konfrontiert, die frühere Generationen so nicht in dem Ausmaß täglich vor sich hatten. Also heute hast du dein Smartphone, wenn du jetzt auf TikTok gehst um zwei Uhr mittags und da mal reinguckst, was da gerade so läuft, dann wirst du auf der einen Seite den Mike sehen, der gestern noch Maike hieß, du wirst einen Salafisten sehen, der darüber spricht, warum eigentlich unserer westlichen Welt nichts Besseres passieren kann als das Kalifat. Du wirst eine esoterische Dame sehen, die dir was über das Manifestieren von Gedanken erklären wird. Du wirst eine 17-jährige Lisa, die zum Islam konvertiert ist, finden und die Burka trägt und darüber spricht, dass sie Jesus nicht Gott sein kann. Du wirst auch Christen finden, du wirst alles Mögliche auch finden, aber das ist schon eine Situation, die ist relativ neu und ich glaube, die ist auch mit ein Faktor, der dazu beiträgt, dass Menschen ihren Glauben stark infrage stellen, weil plötzlich jemand aus dem letzten Kaff an seinem Handy sitzt und mit Fragen und Themen und Kritiken konfrontiert wird, die ihm, die ihr vorher gar nicht bewusst waren. Und plötzlich müssen wir als Kirche uns ganz anders mit manchen Fragen, die es ja schon lange gibt, die ja jetzt nichts Neues sind, aber die jetzt Mainstream werden, die plötzlich so in die breite Masse rausgestrahlt werden, auseinandersetzen. Und das ist eine neue Herausforderung, der wir als Kirche uns stellen müssen, wo wir selber uns fragen müssen, wie können wir in dieser Zeit, in der Informationen und auch viele Fake-Informationen und nicht so gute Informationen massenhaft rausgeschleudert werden und auch eben uns selbst erreichen, mit dem Ganzen umgehen. Manche Menschen, die kommen an den Punkt raus, dass sie sagen, es gibt so viele verschiedene Sichtweisen über Gott und den Glauben, das ist ja ein so großer Dschungel, da kann man sich gar nicht zurechtfinden, es kann ja gar nicht die eine richtig wahre Sicht geben, wie man jetzt seinen Glauben leben und verstehen sollte. Andere sagen, Hilfe, da ist ja so ein großer Dschungel an Sichtweisen, ich brauche Klarheit, ich brauche Sicherheit und ich hatte es gerade eben mit Markus in der Pause auch davon, meine persönliche These ist, dass das auch Leute in unserer Zeit ganz neu offen für Sekten macht oder auch offen für, sagen wir mal, Kirchen, die den Selbstanspruch haben, ultimativ, autoritativ auszulegen, wie die Bibel verstanden zu werden hat. Also wir leben heute in einer Zeit, wo man ganz anders lernen können muss, mit Spannungen umzugehen, mit verschiedenen Sichtweisen umzugehen und ich glaube, darum ist das, was wir brauchen für unseren Umgang mit eigenen Glaubenszweifeln und dem auch, wie wir Menschen begegnen, die welche haben, dass wir das erstmal auf dem Blick haben, auf dem Schirm haben, dass wir in so eine Art von Zeit leben, selber eine gewisse Grundentspanntheit, die wir dann auf andere weitergeben können. Ja, ich will über ein paar Punkte sprechen, die betreffen natürlich auch uns als Leiter und auch als Leiter können wir Glaubenszweifel haben, aber erstmal so ganz allgemein über den Umgang mit Glaubenszweifeln und dann im zweiten Teil dann über die Begleitung auch von Menschen, die darunter leiden. Ja, wie können wir mit eigenen Glaubenszweifeln umgehen? So, ich glaube, wichtig ist erstmal, dass wir sehen, Glaubenszweifel sind oftmals nicht was, oder das ist oftmals. Glaubenszweifel sind etwas, wo man sich nicht ausgesucht hat, wo man nicht sagt so, ich finde es jetzt toll. Viele Leute, die leiden wirklich darunter, mit bestimmten Fragen sich innerlich quälen zu müssen, auf die sie keine Antworten finden und erleben das als einen schleichenden oder schmerzhaften Prozess. Gleichzeitig aber gibt es diese Ebene, die über das Zweifeln hinausgeht, wo ich sage, wo ich beschreiben würde, als in den Zustand eines Zweiflers übergehen. Es ist ein Unterschied, ob du Zweifel hast oder ob du ein Zweifler bist, ob das deine Identität im Kern ausmacht, dass du ein ewiger Agnostiker bist, der sich irgendwo auch in dieser Rolle vielleicht ein Stück weit gefällt, sich irgendwo nie festlegen zu müssen, über den Wolken zu stehen. Und ich glaube, wenn wir Antworten finden wollen auf die Frage, existiert Gott? Ist die Bibel glaubwürdig? Ergibt es Sinn, mit Jesus unterwegs zu sein und mit ihm in der Nachfolge zu leben? Dann finden wir gute und tragfähige Antworten. Vielleicht nicht immer in der hundertprozentigen Klarheit, wie wir uns es wünschen, aber so, dass sie ausreichend und stark genug sind, dass wir mit großem Selbstbewusstsein und Überzeugungskraft unterwegs sein können als Nachfolger Jesu in dieser pluralistischen Welt, in der wir leben. Aber wenn wir sagen, hey, ich möchte in diesem Zustand des Agnosticismus bleiben und ich bin in dieser Rolle des Zweiflers, das macht ein Stück weit auch meine Identität aus, der zu sein, der ewig auf der Suche ist, der Weg ist das Ziel, dann können wir auch in dieser Rolle bleiben, ohne dass wir am Ende zu Gott gelangen. Und das glaube ich auch. Darum glaube ich, ist erstmal wichtig, unsere eigene Haltung in der Auseinandersetzung mit unseren eigenen Zweifeln zu checken. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, eine Resilienz zu entwickeln, wenn wir nicht direkt Antworten auf unsere Fragen finden. So wie ich gerade schon angeführt habe, ist es interessanterweise sehr oft so, dass Menschen ziemlich schnell kapitulieren, wenn sie auf emotionale oder intellektuelle Herausforderungen stoßen, wo sie das Gefühl haben, denen ist mein Glaube nicht so wirklich gewachsen. Und was ich glaube, ist, dass eine Auseinandersetzung mit oft auch komplexen Glaubensfragen einfach Zeit braucht, Ausdauer braucht, eine Kenntnis der vorhandenen Quellen. So, es ist nicht so, dass du, ja, jetzt dich da einen halben Tag mit auseinandersetzt, nimmst du da jetzt am Vormittag vier, fünf Stunden und dann hast du Antworten auf die großen Fragen des Lebens und Antworten auf die Einwände, die sich schlaue Menschen seit hunderten von Jahren schon aufs Papier bringen, sondern manche Dinge, die kosten einfach auch Zeit, Ausdauer. Und es geht um viel zu viel bei der Frage nach Gott, als dass wir da zu schnell irgendwo sagen sollten, wir legen unseren Glauben beiseite, weil wir nicht so schnell, wie wir uns wünschen, Antworten finden. So, was ich oft erlebt habe, ist, ich bin in einem bestimmten Glaubensthema irgendwo am Wrestlen und ich finde da für mich so keine, keine Antwort drauf, weiß aber, ey, ich habe die letzten zehn, elf, zwölf, fünfzehn, zwanzig Male, wo ich schwierige Glaubensfragen vor mir hatte, am Ende dann doch eine gute Antwort für mich selber gefunden. Ich kann auch mit einer gewissen Entspanntheit jetzt unterwegs sein, wenn ich nicht innerhalb kürzester Zeit auch da für mich eine tragfähige Antwort finden. Also ich finde, ich finde eine gewisse Resilienz, ein Leben können mit offenen Fragen und eine Widerstandsfähigkeit jetzt nicht so, ist was total Wichtiges. Sich nicht von seinem Zweifel wie ein Fähnchen im Wind hin und her wehen lassen, sondern irgendwo innerlich vor Ort zu sein und zu wissen, ich, ja, ich will mir den Themen auch Zeit lassen. Okay, ein weiterer Punkt, den ich total wichtig finde, sei locker, wenn geistliche Leiter überfragt sind. Leg falsche Erwartungshaltungen ab. Keiner kann ein Experte in jedem Bereich sein. So manche, die kommen so da ein bisschen von dieser Denke her, ja, wenn nicht mal mein Pastor, der die Kirche leitet, darauf eine Antwort hat, dann, wer soll denn dann darauf eine Antwort haben? Wenn nicht mal der und der mir dazu jetzt was sagen kann, dann gibt's da wohl echt nichts zu sagen. Leg falsche Erwartungshaltungen ab. Dein Pastor, wenn er Theologie studiert hat, hat gelernt, wie man die Bibel auslegt, was in der Bibel steht, aber hat kein Studium darin abgelegt, warum das, was die Bibel sagt, glaubwürdig ist. Und selbst wenn jemand in einem bestimmten Bereich eine Expertise hat, hat er in dem Bereich eine Expertise. Aber keiner ist gleichzeitig Philosoph, Historiker, Naturwissenschaftler, Theologe und Apologet, alles gleichzeitig. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir keine falschen Erwartungshaltungen an geistliche Leiter vor allem haben, dass die jetzt in der Lage sein müssen, auf alle unsere schwierigen Glaubensfragen Antworten bereit zu haben. Ja, ein zweiter Punkt, und da kommt ganz der Boomer aus mir raus, weil irgendwie viele, merke ich in meiner Generation, dieses Sprichwort gar nicht verstehen. Schütte das Kind nicht mit dem Bade aus. Also gibt's jemand, der das Sprichwort nicht versteht? Okay, gehen schon einige Hände hoch. Also ein Kind sitzt im dreckigen Badewasser, du willst das Badewasser rausschütten, weil es schmutzig ist und nicht gut, und im selben Zuge kippst du noch das Kind mit raus. So, das ist quasi sprichwörtlich, was man nicht machen soll. Wenn man das Schlechte rausschmeißt, dann auch noch das Gute mit rauszuschmeißen, okay? Ja, schon ein Sprichwort mehr gelernt. Schütte das Kind nicht mit dem Bade aus. Manchmal kommt man in bestimmten Punkten zu der Überzeugung, dass die eigenen Eltern, die einem dem Glauben vermittelt haben, oder geistliche Leiter oder andere Glaubensvorbilder, in bestimmten Punkten vielleicht falsch liegen. Aber deswegen ist ja nicht alles andere, was sie dir vermittelt haben, auch falsch. Es ist nicht so eine Alles-oder-Nichts-Haltung. Entweder meine Eltern und mein geistlicher Leiter versteht die Bibel in allen Aspekten ganz richtig, oder ich muss alles verwerfen, was mir da gesagt wurde. So einem reflektierten, mündigen Denken und Glauben gehört dazu, in der Lage zu sein, zu filtern. So, einer unserer Dozenten am Seminar hat immer gesagt, wie bei einem Fisch die Kräten rausnehmen und das Gute behalten. So, es ist etwas total Natürliches und Gutes, wenn sich unser Glaubensverständnis weiterentwickelt und verändert. Ich hoffe, du bist heute an einem anderen Punkt in deinem Glaubensleben als vor fünf Jahren. Und als vor zehn Jahren. Und bis in fünf Jahren und in zehn Jahren an einem anderen Punkt hast du ein tieferes Bibelverständnis und hast dazugelernt. Und davor braucht man keine Angst haben, dass man sich in bestimmten Bereichen vielleicht auch mal anders entwickelt, als in dem Glaubensverständnis, wie man großgezogen worden ist von seinen Eltern oder seiner Heimatkirche. Ja, ich hatte mal, wie jeder gute Christ, ne, das ist kein Maßstab, aber ich hatte mal, wie jeder eifrige 20-Jährige mal eine kalvinistische Phase, wo man John Piper-Bücher verinnerlicht und ich weiß, warte mal, Justus, er ist heute noch da voll dabei, Wayne Krudel mit dem Co. Und ich, ich, ja, ich habe es verschlungen, Arsys, Browell und wie sie alle heißen. Und ich bin heute da ein bisschen wieder von weg. Ja, ich habe meinen Glauben, meinen kalvinistischen Glauben dekonstruiert. Ne, habe aber absolut keine Zweifel an der Souveränität Gottes. Das ist ganz wichtig. Aber ich kann heute, erst diese Woche, gerne John Piper-Podcasts anhören und Arsys Browell-Vorträge. Und ich kann mir von Kalvinisten Sachen anhören, von denen ich viel lerne und viel mitnehme, selbst wenn ich nicht jeden Punkt von ihnen teilen muss. Und da könnte ich viele solcher Beispiele nennen. Es ist wichtig, dass wir nicht mit so einer Alles-oder-Nichts-Haltung unterwegs sind. Das, genau, glaube ich, ist für den Umgang mit eigenen Zweifeln wichtig. Ja, manchmal ist es so, dass wir Glaubenszweifel bekommen können, weil wir auf unser christliches Umfeld blicken und dabei wiederholt Dinge beobachten, die wir abschreckend finden. Sodass in uns die Überzeugung ranwachsen kann, dass diese Dinge mit dem christlichen Glauben selbst zusammenhängen. Und da ist ein Punkt, der mir auch wichtig ist, nehme wahr, dass manche Probleme nicht spezifisch christlich sind. Es gibt viele Verhaltensmuster, viele Einstellungen, die Christen haben, die sie natürlich religiös begründen, aber die ihre Wurzel anderswo hat. Verschwörungstheorien, Fremdenfeindlichkeit und so weiter, kannst du natürlich, wenn du kreativ genug bist, mit der Bibel begründen. Aber die Frage ist ja, wo ist die Wurzel davon? Wo sind problematische Dinge wirklich dem christlichen Glauben selber geschuldet? Und wo der Tatsache, dass es unter Menschen menschelt? Meine Oma war letzten Sommer bei einer Freundin von ihr im Spanienurlaub. Die hat sich in der Rente dort ein schönes Häuschen gekauft am Meer und meine Oma, die war happy, als sie endlich wieder zurück war, weil sie drei Wochen lang nur mit irgendwelchen kruden Verschwörungstheorien aus Telegram-Gruppen konfrontiert wurde. Und die Freundin von meiner Oma, die ist keine Christin. Also das ist kein christliches Problem des Christen, die die Offenbarung lesen und da aus dem Buch Daniel irgendwelche wilden Theorien aufstellen, für sich gepachtet haben. Verschwörungstheorien gibt es überall. Und wenn du auf Facebook Leute siehst aus deiner Gemeinde, die Sachen posten, wo du komisch findest und noch irgendwie mit einem Bibelfers begründen, dann sei dir gewiss, wären die keine Christen, würden die vielleicht dieselbe Verschwörungstheorie haben, aber es halt nicht biblisch begründen. Dieselbe Person, die unfähig ist, eigene Entscheidungen zu treffen und nichts im Leben anpackt, ohne vorher irgendwo nach einem prophetischen Wort gesucht zu haben, was ich an sich gut finde, das auch zu machen und nach Gottes Reden zu suchen. Aber was ich nicht so gut finde, ist, wenn man am Ende dann passiv wird und sein Leben nicht mehr selber in die Hand nimmt und mit 40 dann frustriert ist, weil Gott einem nie gezeigt hat, welche Frau man ansprechen soll und man dann seinen Glauben dekonstruiert und Gott anklagt. Ja, ich hatte schon solche Gespräche. Ja, es ist traurig, ja. Aber dieselben Tendenzen und Haltungen, die findest du auch bei anderen. Also dieselbe besagte Freundin meiner Oma, die trifft keine Entscheidung, ohne vorher sich die Tarotkarten legen zu lassen. Da hatte ihre Freundin hier in Geislingen in Deutschland, ruft da dann dreimal die Woche an und lässt sich dann genau sagen, ich will jetzt meinen Pool erneuern, ich will das, ich will das, ich will das machen. Wie liegen die Karten? So, und ja, ihr versteht meinen Punkt. Okay, weiterer Punkt. Unterscheide zwischen christlicher Lehre und eigenen Unsicherheiten und Komplexen. Manchmal ist es gar nicht so leicht zu erkennen, welche unterbewussten Denkmuster wir haben, wenn wir auf Gott und in die Bibel reinschauen, aber sich dessen bewusst zu sein, dass es die gibt, ist, glaube ich, total wichtig. Für diesen mittelalten Mann, den ich hier angeführt habe, ist es identisch gewesen. So, der saß mir gegenüber und er war der Meinung, die Prediger vorne in der Kirche, die predigen das so und die Bibel lehrt das so und das ist ja, was der christliche Glaube rüberbringt. Warte darauf, dass Gott dir sagt, welche Frau du ansprechen sollst. Und ich habe ihm gesagt, also ich bin Teil unseres Pastorenteams. Ich kann dir ziemlich sicher sagen, keiner von uns vertritt so eine Theologie und mit Sicherheit haben wir das nie so gepredigt. Und da glaube ich, das passt eigentlich besser, was noch zu meinem nächsten Punkt unterscheidet zwischen Gemeindelehre und der Ausführung durch andere, aber hierzu passt er schon auch. Da glaube ich, ist es wichtig, dass wir genau hinhören und gucken, was ist denn jetzt wirklich die biblische Lehre und was hängt zusammen mit eigenen Unsicherheiten, die wir haben. Manchmal empfinden wir vielleicht Dinge als totalen Druck und Stress, die gar keiner sind. So, ich habe irgendwann angefangen, da immer ein bisschen sensibler für zu sein, wenn ich Leute für irgendwas anfrage, irgendeinen Dienst in der Gemeinde. Ich bin auch Pastor, by the way. Dazu zu sagen, wenn ich das Gefühl habe, das sollte man vielleicht sagen, hey, du weißt schon, du kannst auch Nein sagen, gell? Also, weil manche Leute können nicht Nein sagen. Also für mich ist klar, wenn mich jemand anfragt, ich kann an dem Wochenende nicht, dann sage ich halt Nein. Aber für andere ist es so, dass sie so unter einem schlechten Gewissen leiden, weil sie mit allen irgendwie in so einer Harmoniestimmung sein möchten und es auch allen recht machen möchten, dass sie dann nicht Nein sagen können und am Ende, ich weiß es ja nicht, also keine Ahnung, was du an dem Wochenende geplant hattest, weiß ich ja nicht, dass du da eigentlich vorhattest, mit deiner Family einen Ausflug zu haben, aber es ist ein Stück weit auch die eigene Verantwortung, da hinzugucken, wo sind es vielleicht eigene Unsicherheiten oder eigene komplexe Leistungsdruck und so weiter, den ich mir selber mache und wo ist es wirklich etwas, was von meiner Gemeinde oder von Gott kommt. Ich kann mich erinnern, in meinem Studium, da gab es manche, die haben ihr Leben wirklich sehr entspannt gelebt und haben da nie irgendwie einen Rüffel bekommen. Also ich sage jetzt nicht, wo ich studiert habe, es war ein gutes Seminar und unser Seminardirektor hat aber auch immer gesagt, das Wichtigste hier ist, hat es mehrfach explizit gesagt, ich fand fast schon ein bisschen zu viel, aber er hat gesagt, das Wichtigste hier sind nicht die Noten und die Klausuren, sondern die Charakterbildung, dass hier Leiter rauskommen, die Jesus lieben, die eine Leidenschaft für Kirche haben, die Menschen begleiten wollen, die leidenschaftlich unterwegs sind und natürlich im Wort verwurzelt, aber es geht nicht darum, dass wir am Ende unsere Zeit die ganze Zeit nur vor den Büchern verbringen. Und manche haben das auch, wir haben da glaube ich sehr gut hingehört und hatten ein entspannteres Studium, aber ich kannte auch Leute, die mussten zwischendurch unterbrechen, weil sie sich da selber ins Burnout gelernt haben. Also wo ich null Druck verspürt habe, andere null Druck verspürt haben, aber sie sich selber so einen Druck gemacht haben, dass sie, das ist natürlich, also ich weiß jetzt nicht, wie es ist, aber was ich einfach meine, man kann sehr gut Dinge auch auf Gott und auf andere übertragen, die eigentlich mehr mit dem zusammenhängen, wie man selber als Person gestrickt ist. Ich war immer einer, der eher sich sagen musste, ich sollte jetzt schon mal hier ein bisschen was von meinen Noten machen, weil ich ein bisschen zu zufrieden war mit meinen Dreiern und wenn ich mich dann hingehockt habe, kamen auch die Noten, aber da muss man manchmal auch ein bisschen selbstkritisch hingucken, was davon ist jetzt wirklich, wo Gottes Wort mir zusagt und wo ich mir selber auch Druck mache. Genau, unterscheidet zwischen biblischen Lehren und dem, was andere draus machen. Die Bibel benennt manche Dinge als Sünde, ja, aber sie sagt nicht, dass wir Menschen wie Personen zweiter Klasse behandeln sollen, wenn sie in diesen Sünden leben. Wenn das Menschen also machen, dann ist nicht die Bibel das Problem, dann ist nicht der christliche Glaube das Problem, sondern die Umsetzung durch Menschen. Die Bibel benennt manche Weltanschauungen als falsch, ja, glaube ich auch, aber sie sagt nicht, dass wir uns über Menschen erhaben fühlen sollen, wenn sie diese Weltanschauungen teilen. So, uns fallen sicher viele Beispiele ein, in denen man die Bibel missbrauchen kann, aber das kann man praktisch mit jeder Welt anschauen. Verhindern könnte Gott, wie gesagt, das Ganze nur, wenn er Menschen zu Robotern umfunktioniert und ihnen ihren freien Willen nimmt. Gibt es jemanden hier, der das gerne möchte, der sich bei Gott meldet, bitte nimm mir meinen freien Willen? Ich glaube nicht. Und solange wir mit freien Willen unterwegs sind, wird es auch weiter passieren, dass Menschen die Bibel missbrauchen für falsche Zwecke, aber es nicht unbedingt aus der Bibel selbst herauskommt. Und ich finde, wenn wir über Glaubenszweifel nachdenken, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn woran zweifeln wir denn? Und wir machen da oft so eine Verbindung von Gemeinde gleich Kirche, Erfahrungen mit meiner christlichen Familie gleich, äh, Gemeinde gleich Kirche, ja, Gemeinde gleich, äh, christlicher Glaube, Erfahrungen mit meiner christlichen Familie gleich christlicher Glaube. Und ich finde wichtig, dass wir da in der Lage sind, das auch zu differenzieren. Oder scheide, ja, zwischen dem, was vorne gepredigt wird und dem, was Menschen daraus ableiten. Wenn ein Pastor über den Missionsbefehl Jesus spricht, dass wir hinausgehen sollen in alle Welt, Menschen zu Jüngern machen und da sitzen jetzt Leute drinnen und die hören das, setzen das dann danach so um, dass sie ihren Glauben übergriffig weitergeben und ihren Nachbarn im Haus total auf die Nerven gehen und ihre Arbeitskollegen total zuquatschen, obwohl die nichts hören möchten, dann ist es nicht unbedingt die Intention von dem Pastor gewesen. Ähm, und dann ist es nicht gleichzusetzen mit dem, was Jesus da sagt, wenn Menschen das auf eine Weise umsetzen, die, die nicht dem entspricht, wie sich eigentlich Gottes Wort es denkt. Ähm, aber in unserem Kopf können Zweifel aufkommen, weil wir sehen das. Ah, Mann, also, so wie meine, wie meine Mutter immer irgendwie da versucht, ähm, der Nachbarin, äh, noch ein Gespräch über das Evangelium reinzudrücken, das ist ja schon ein bisschen too much. Ähm, oder wie wir irgendwie, keine Ahnung, du kannst ja viele Beispiele finden, wo Mission auch nicht so gut gelaufen ist oder läuft, aber ich finde einfach wichtig, da zu unterscheiden zwischen dem, was Prediger predigen und dem, was die Bibel lehrt und dem, was Menschen draus machen. Ich habe irgendwann für mich selber anerkennen müssen, egal wie ich predige, Menschen werden es falsch verstehen. Ich kann nur irgendwie die, durch meine, durch eine saubere Kommunikation einigermaßen einschränken, was man Menschen falsch verstehen und wie viele Menschen falsch verstehen, aber man kann manche Sachen so klar und so deutlich rüberbringen, wie man möchte, Menschen werden es einfach von einem bestimmten Ohr her hören. Und das, glaube ich, ist auch wichtig, ähm, sich selber auf dem Schirm zu haben und voneinander zu unterscheiden. Es liegt nicht in der Kontrolle des Predigers und ich würde sagen, ja, weiß nicht, Waldemar, der Calvinist, können wir später drüber reden, auch nicht in der Kontrolle Gottes unbedingt, was die Menschen aus dem immer machen, was sie in seinem Wort lesen. Genau, ich weiß auch, ich war bei uns auf dem Open Air Gottesdienst, habe gepredigt und hatte darüber gesprochen, dass Gott Wunder tun kann und Gebete hört und heilt und ich hatte explizit gesagt, natürlich ist es gut, wenn wir als Christen auch therapeutische Hilfe aufsuchen, sofern sie kompetente Leute sind, die uns weiterhelfen können. Warum auch nicht? Und gleichzeitig aber ist Gott so groß, dass er da, wo Menschen und Ärzte an ihre Grenzen kommen können, eingreifen kann. Ich habe aber explizit gesagt, dass ich jetzt nicht glaube, wir sollten alle nicht mehr zu Ärzten gehen oder auch nicht therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen und danach kriege ich einen Anruf von einer, die ganz aufgelöst war über meine Einseitigkeit, dass ich jetzt so eine einseitige Heilungstheologie rüberbringe und so nach dem Motto, wenn du nicht genügend glaubst, dann liegt es an dir und ich sage, ich habe doch explizit was anderes gesagt. Also ich, also sorry. Ja, und ich glaube aber gleichzeitig ist es auch etwas, worüber wir uns bewusst sein müssen, vielleicht auch für diesen Part für uns als Leitende. Manchmal hören Menschen durch ihre Prägung, durch ihre Erfahrungen Dinge auf eine bestimmte Weise, die man gar nicht gemeint hat oder lesen Dinge in der Bibel auf eine bestimmte Weise, die gar nicht das auslösen sollen, was sie auslösen und da eine Sensibilität für zu haben, ist für den Umgang mit Glaubenszweifeln total wichtig. Ich habe keinen Kartenhausglauben, habe keine Alles-oder-nichts-Haltung. Was meine ich damit? Manche haben so ein Denken, dass jeder Punkt in der Bibel gleich wichtig ist. Jeder Punkt ist gleichermaßen auf einer Linie gleich wichtig. Aber das, ich sage gleich, was ich damit meine, ist nicht unbedingt so. Die Auferstehung Jesu ist ein Ereignis von zentraler Bedeutung. So wenn die Auferstehung Jesu widerlegt, wäre dann, wäre der christliche Glaube falsch. Ja. Und darum ist es glaube ich schon eine ganz wichtige Sache, ob du gute historische Indizien hast für die Auferstehung Jesu. Und ich bin froh, dass es die gibt und halte da leidenschaftlich gerne Vorträge drüber. Habt im nächsten Monat eine Debatte bei Debatten-TV mit jemandem von Atheismus-TV. Spannende, wie heißt es nicht? Apologetik-TV. Also, ja, okay, deren Name. Ich habe jetzt keinem atheistischen Kanal hier noch Hilfestellung, wie Sie ihn vielleicht besser machen können. Aber jedenfalls, da werde ich über die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung Jesu sprechen. Ja, ich liebe es darüber zu sprechen und ich glaube, es gibt diese Indizien und diese Facts, aber nicht jeder kleine Popst, der irgendwo zur Zeit des alten Testaments von Abraham gepupst wurde, musst du historisch nachweisen können, um überzeugter Christ sein zu können. Nicht jede kleine Schlacht, die irgendwo gekämpft wurde, für die brauchst du historische Indizien. Also finde ich wichtig, da so eine Denkweise auch reinzubekommen. Was sind denn die Dinge, mit denen mein Glaube steht und mit denen er fällt? Was sind Dinge, an denen ich unbedingt festhängen muss, weil wenn ich die aufgebe, dann ist mein ganzer Glaube verloren. Und für manche ist es so, dass sie denken, wenn die Bibel nicht in Punkt und Komma widerspruchsfrei und irrtumsfrei ist, dann kann sie nicht das Wort Gottes sein. Und dann ziehst du diese Karte raus, indem du zeigst, okay, jetzt in dieser einen Schlacht sind 70 gestorben, in der anderen waren es 90 und der ganze Glaube fällt zusammen. Jetzt gibt es Harmonisierungswege und Versuche und wir haben auch teilweise solche Sachen bei uns auf dem Kanal, okay, aber das wäre für mich so ein Beispiel davon, wo ich von einem Kartenhausglauben spreche, ein bestimmtes Verständnis von, das ist biblisch und das bedeutet es an der Irrtumslosigkeit der Schrift festzuhalten, wo nicht sein muss und wo, glaube ich, auch nicht ganz aufgeht und dementsprechend der ganze Glaube zusammenfällt, wenn es sich nicht so bewahrheitet. Was meine ich noch mit, ähm, äh, ja, okay, okay, da eben dieser Punkt auch mit rein unterscheidet zwischen zentralen und weniger zentralen Themen. Es gibt Glaubensüberzeugungen, die sind wichtig, über die sollten wir sprechen, aber die sind nicht so entscheidend wichtig, dass sie dich in schwere, tiefe Glaubenskrisen stürzen sollen. Die Frage, wie viele Bücher die Bibel hat, das ist eine wichtige Frage. Also ob das Buch Hennop jetzt vom Schöpfer des Universums mit seinem Heiligen Geist inspiriert, Gott gehaucht wurde und daher für uns ein Buch ist, das wir in unserer stillen Zeit lesen sollten. Also ich finde, das ist eine nicht unwichtige Frage. Ist dieses Buch von Gott oder nicht? Ist es Buch Tobit? Ist es Buch Makabea von Gott, wie die katholische Kirche in ihrem Kanon das hat, oder nicht? Also es ist jetzt nicht so eine Frage wie, ähm, ja, esse ich jetzt einen Zottjoghurt oder einen, äh, Lindjoghurt? Also wenn da jetzt sieben Bücher sind im Kanon der katholischen Kirche, die ich eigentlich lesen sollte, die Gottes Wort sind, das sollte ich mich mal mit auseinandersetzen. Aber ob diese sieben Bücher Teil des Kanons sind oder nicht, ändert nichts an der Frage, ob Jesus Gott ist, ob Gott Mensch geworden ist, ob er am Kreuz für unsere Schuld starb, ob er von den Toten auferstanden ist und wir durch ihn den freien Zugang zu Gott im Vater haben, im Leben, in der Kraft seiner Auferstehung. Und ich finde, diese, dieses Verständnis zu haben, es gibt Themen, die sind wichtig, aber nicht zentral wichtig, ganz wichtig. Wichtig. So viele Wichtigste drin. Ja, ähm, und, und manche stellen alles auf eine Ebene und das, glaube ich, ist falsch. Ja, hinterfrage deine Fragen. Das ist vielleicht so dieser Punkt, den ich auch anfangs angesprochen habe. Sei ehrlich zu dir selber. Ich meine, überleg mal kurz, geh mal kurz in dich und frag dich mal, welche Dinge gibt es jetzt in Bezug auf den Glauben, von denen du dir wünschen würdest, sie wären wahr? Welche Dinge, wo du vielleicht sogar der Überzeugung bist, ah, die Bibel sagt da was anderes oder ich habe es anders gehört, aber welche Dinge gibt es, wo du dir sagst, boah, wenn ich es mir ausrufen könnte, dann wäre das so. Ich vermute, dass du bei diesen Punkten eher eine Confirmation Bias hast, wenn du die Bibel liest, als bei Punkten, wo du dir sagst, so eigentlich wünsche ich mir, dass das eher nicht so ist. Es ist so, dass es manche Dinge gibt, wo wir, wenn wir es uns selber aussuchen könnten, vielleicht ein bisschen anders machen würden als Gott. Gut, dass wir nicht Gott sind, denn er ist vollkommen, er ist vollkommen gut, wir sind es nicht. Aber trotzdem gehen wir ja auch so an sein Wort ran. So, welche Fragen stellst du dir im Rahmen deiner Zweifel, wenn du welche hast? Kommst du von der Fragestellung her, was möchte ich, dass die Bibel sagt oder was sagt die Bibel actually? Kommst du von der Frage her, was finde ich schön, was finde ich gerecht, was passt mit meinen Werten zusammen oder von der Fragestellung, was sind Gottes ewige Königreich-Gottes-Werte, die unabhängig von meiner westlichen Kultur im 21. Jahrhundert hier in Deutschland sich vielleicht auch unterscheiden kann. Eine Glaubenssehkonstruktion, ich habe den Vortrag von Markus heute Morgen leider verpasst, weil wir parallel einen Film gedreht haben, Imagefilm, also deswegen, falls ihr mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeikommen wollt, da seht ihr dann euch vielleicht mit dem Hinterkopf wieder in ein paar Wochen. Genau, wo war ich? Genau, aber er hat ja viel darüber gesprochen, ich habe schon das Skript vorher gelesen, welche Fragen stellen wir uns denn bei unserer Dekonstruktion und das, glaube ich, ist ganz wichtig. So hinterfrage deine Fragen. Mit welcher Haltung, mit welcher Voreingenommenheit gehst du vielleicht auch rein in deine Glaubenszweifel? Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ein Thema nach dem anderen anzugehen. Setz dich mal schrittweise mit deinen Zweifeln und Fragen auseinander, die du hast, statt sofort tausend Fässer gleichzeitig aufzumachen. Das ist meiner Erfahrung nach viel zielführender, Step-by-Step-Dinge anzugehen, als, ja, zu versuchen, gleich an tausend Fronten gleichzeitig sich einzulesen. Betrachte die besten Positionen. So manchmal ist es so, Leute, die hören etwas in ihrer Kirche, ihr Leben lang ein bestimmtes Verständnis vom Sühnetod Jesu und ein bestimmtes Verständnis von der Auferstehung Jesu und ein bestimmtes Verständnis von anderen Themen und dann stoßen sie auf eine reflektierte, kompetente Stimme aus einem theologisch-liberalen Lager oder aus einem atheistischen, skeptischen Lager und stellen das gegenüber mit der Glaubensverkündigung, die sie am Sonntagmorgen in der Kirche gehört haben. Aber setz dich nicht nur auseinander mit dem, was du, mit der Position selber, sondern auch mit den Leuten, die sich viel Zeit genommen haben, diese Positionen auch sauber und sorgfältig darzulegen. Und ich merke das bei mir selber, ich bin in zwei unterschiedlichen Feldern unterwegs. Das eine ist meine Rolle als Pastor in der Kirche. Da kommen natürlich bei mir einen Tick mehr apologetische Inhalte mit rein, als jetzt vielleicht bei anderen Pastoren, so wie andere vielleicht dann, wenn sie viel über Leidenschaft nachdenken, da mehr reinbringen und andere mit dem evangelistischen Herz da mehr reinbringen. Ja, keine Frage, aber das ist ja nicht der Ort, wo man sich über manche Themen groß Gedanken macht und da Ausarbeitungen dann immer vorlegt. Und deswegen finde ich wichtig, dass wir uns nicht nur, ja, dass wir uns nicht nur einseitig informieren, weil wir denken, ja gut, die eigene evangelikale Position, die kenne ich ja eh schon. Wenn du sie vielleicht noch gar nicht so gut kennst oder vielleicht von dem her kennst, was wir so glauben, aber nicht unbedingt dich mit der, mit dem Reichtum an christlicher Gelehrsamkeit auseinandergesetzt hast, den es gibt. Es gibt so gute, fitte, schlaue Theologen, Philosophen, Historiker, Wissenschaftler, die Christen sind, die, würde ich sagen, konservative Christen sind. Christen sind, die ähnlich glauben, wie ihr das hier im ICF tut, wie wir das bei uns in der Kirche tun. Die gute Bücher geschrieben haben, gute Ausarbeitungen rausgebracht haben. Und es ist so wichtig, dass wir da die besten Positionen gegenüberstellen, statt uns, ja, irgendwie ein Buch von einem Skeptiker zu kaufen und zu sagen, ich habe ja nicht Zeit, jetzt tausend Bücher zu lesen. Das reicht ja, wenn ich den einen lese. Nee, wenn du eine lest, der ein ganzes Buch schreibt darüber, warum jetzt die Paulusbriefe nicht von Paulus sein sollen, dann lies dir auch gleich noch ein ganzes Buch als Gegenmodell dazu, warum sie sie eben doch sind. Von Jakob Thiesen beispielsweise hier, von der SCH Basel. Den hatten wir bei uns auch mal im Livestream zu dem Thema Schleichwerbung an der Stelle. Aber das ist so wichtig, dass wir, wenn wir uns Themen widmen, wir das eben nicht einseitig machen. Ja, lerne und den Punkt finde ich eigentlich fast den wichtigsten in der Auseinandersetzung mit Glaubenszweifeln. Lerne mit offenen Fragen leben zu können. Lerne Spannungen auszuhalten. Es wird Dinge geben, die wir uns selbst unser Leben lang nicht beantworten werden können. Aber das würde uns mit jeder Weltanschauung so gehen. Das muss man sich ja auch mal klar machen. Es ist ja nicht so, dass gläubige Christen die einzigen sind, die manchmal abends im Bett liegen und sich fragen, ist das eigentlich alles so, wie ich das von meiner Weltanschauung her glaube und denke. Alle möglichen Menschen stellen immer wieder mal Fragen ans Leben, an Gott, an ihren Atheismus. Es ist so wichtig, dass wir lernen, mit offenen Fragen leben zu können, wenn wir ausreichend Gründe haben, weshalb wir glauben, weshalb wir mit Jesus unterwegs sind. Ähm, ich brauche nicht eine hundertprozentige Gewissheit in allen Fragen, die es gibt. Ich, keine Ahnung, ob man da jetzt in Prozentangaben reden kann, aber ähm, mir reichen 70, 80, sag ich mal. So kann ich zu 100 Prozent sagen, dass ihr wirklich real seid. Ich könnte jetzt überlegen. Bitte? Weiß ich nicht. Ein gesunder Mensch könnte sich auch fragen, vielleicht befinden wir uns hier gerade in der Matrix und das hier ist alles gerade nur eine Illusion und ähm, eigentlich äh, gibt's euch ja alle gar nicht. Oder man könnte sich auch fragen, vielleicht äh, bin ich ja hier der Hauptdarsteller meiner eigenen Truman Show und ihr seid alles bezahlte Schauspieler und habt euch alle untereinander abgesprochen. Könnte ja sein, weiß ich nicht. Kann ich zu 100 Prozent sagen? Nein. Kann ich zu 100 Prozent ausschließen? Nein. Halte ich es für wahrscheinlicher als ein, zwei Prozent? Auch nein. Aber es gibt Dinge, die werden wir nie mit hundertprozentiger Gewissheit sagen können. Die Frage ist, wie viel, wie sicher müssen wir uns sein, dass wir diesen Vertrauensschritt wagen können? Und ich glaube, das, was für den Jesus spricht, an den wir glauben, das, was für die Bibel spricht, das, was für die Auferstehung spricht, ist ausreichend genug, dass wir sagen können, wir gehen auf diesen, auf dieses, auf diesen Steg, wir gehen auf dieses Boot, wir lassen uns ein auf dieses Leben im Glauben, wir gehen diesen Vertrauensschritt. Und ja, ich glaube, dass manche Glaubenszweifel daraus resultieren, dass wir leider auch mit so einer Denkweise an den Glauben herangeführt worden sind, dass das dir alles zu 100 Prozent klar ist. Und dann haben wir 25 Jahre unseres Lebens nie was anderes gehört, als eine bestimmte Sichtweise und denken, kann man ja gar nicht anders sehen, kommen dann mit einer anderen in Berührung und haben dann die krassen Glaubenszweifel. Und ja, guten Morgen, es gibt schon seit 150, 200 Jahren bestimmte liberale Theologen, die Zeug raushauen, das dir jetzt auf deiner Insta-Page vielleicht so begegnet. Ist nichts Neues, es gibt schon länger. Sind schon Menschen auf die Welt gekommen, haben gelebt, sind gestorben, seit es diese Fragen gibt und waren gläubige, fromme Christen. Ist jetzt nicht so, dass das Jahr 2024 diese Themen zum ersten Mal bereithält, aber ich glaube, manchmal ist es so, dass wir durch dieses Ausmaß an Informationen uns dessen bewusst werden, dass es da auch manche kritische Einwände an unserem Glauben gibt. Und deswegen finde ich wichtig, so sehr ich auch glaube, dass es gute apologetische Inhalte gibt, so sehr ich auch glaube, dass wir einen Gott haben, der sich erleben und erfahren lässt, so sehr, glaube ich, ist es auch wichtig, mit offenen Fragezeichen Leben zu führen. Mutter Theresa hatte ein starkes Bekehrungserlebnis. Als junge Frau war sich der Gegenwart Gottes sicher. Geht als Nonne nach Indien, dient dort den Menschen und fühlt sich fern von Gott. Und das ist nicht nur ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, sondern fast 50 Jahre, wenn du so ihr schriftliches Material durchgehst. Es war eine Frau, die mit diesen inneren Fragen und Zweifeln und ich spüre Gott nicht und ich erlebe Gott nicht gelebt hat, ihr Leben lang. Und es war eine Frau, die Gott auf die krasseste Weise gebraucht hat, über die man heute, ja nicht alle, aber in der Gesamtgesellschaft irgendwo auch sehr positiv denkt und spricht. Für das, wie eben ihr Leben eins der Hingabe war nach dem Vorbild Jesu. Und auch sie hat ihr Leben lang mit gewissen offenen Fragen gelebt. So Paulus, der von dem Stachel im Fleisch spricht, wo er sein Leben lang irgendwo erlebt hatte. Das ist jetzt kein offenes Fragezeichen in dem Sinne. Manchmal fragt mich, hatte der vielleicht wirklich etwas in physischen Stachel im Fleisch und hatte Probleme beim Aufwitten. Okay. Bibelschul-Jokes. Aber ja, wir werden unser Leben lang vielleicht mit offenen Fragen, mit offenen Baustellen, mit offenen Schwierigkeiten umzugehen haben. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir lernen, damit leben zu können. Okay. Ich möchte auf einen Punkt kommen, der so ein bisschen eine Hilfestellung sein soll, damit wie können wir denn damit umgehen, wenn wir herausgefordert werden von Lebensumständen und Glaubensinhalten. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist dabei, dass wir uns mit dem biblischen Zeugnis befassen. Die Aussagen der Bibel waren an vielen Stellen herausfordernd für die Menschen ihrer Zeit. Wenn du dir die Bibel anschaust, vielleicht gefällt dir nicht die Antwort, die sie auf die Frage nach dem Leid gibt, aber sie behandelt Leid und macht da keinen Hehl draus, dass Menschen auch in der Bibel durch schwierige Phasen gegangen sind. Und ich glaube, dem sich ehrlich auszusetzen, in seinen Glaubenszweifeln zu sehen, okay, die Erfahrung von Leid, die Erfahrung von Herausforderung, die Erfahrung von Schmerz ist innerbiblisch gesehen kompatibel. Es ist nichts, wo jetzt ein Systemfehler plötzlich aufploppt, weil eigentlich die biblischen Autoren alle der Meinung waren, nein, wenn wir mit Gott unterwegs sind, kann es das gar nicht geben. Ein weiterer Punkt, ich bin mir meiner eigenen fehlenden Fähigkeit, alles zu überblicken, bewusst. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Butterfly-Effekt gesehen hat. Ich habe den als Kind, hätte ich den eigentlich nicht sehen sollen, aber so war das halt. Habe ich mir dann später als Erwachsener nochmal angeguckt und da geht es um so einen Mann, der von Kindheit auf an Tagebücher geschrieben hat und irgendwann dann als Erwachsener herausfindet, er kann durch die zurück in seine Kindheit reisen und dadurch sein Leben umstellen. Eine kleine Sache, die anders gemacht wird und er wacht auf in einer neuen Realität. Und es war total spannend für mich immer zu denken, krass, diese eine kleine Schraube, die gedreht wird und sein Leben verläuft in eine andere Richtung. Und es gibt alle möglichen Dinge in unserem Leben, wo wir uns fragen können, warum lässt Gott es zu, wo wir gar nicht die ganze Bandbreite sehen an Möglichkeiten, an Faktoren, die wir nicht erblicken können, die Gott in seinem Handeln oder auch Nichthandeln bewegen. Ich will mich nicht hinstellen und sagen, es gibt für alles einen tieferen Sinn, hinter dem Gott steht. Ich glaube, manchmal passiert auch einfach Mist, den wir erleben in unserem Leben, weil wir in einer gefallenen Welt leben und nicht mehr alles in der Ordnung funktioniert, wie Gott sie sich ursprünglich erdacht hat. Aber es gibt viele Dinge, die können wir einfach nicht erblicken, wenn uns das Buch Hiob eines lehrt, als Antwort auf die Frage nach dem Leid, dann, dass wir nicht auf alles immer eine Antwort bekommen werden. Und ich glaube, uns unserer Einschränkung in der Überblickung aller Faktoren, die Gott und seinem Handeln und Nichthandeln bewegen, bewusst zu sein, ist in der Auseinandersetzung mit Glaubenszweifeln, gerade auch im Bereich Leid, ist sehr wichtig. Ich halte mir vor Augen, dass Herausforderungen im Leben und Dinge, die mich in der Bibel herausfordern, nicht zwingend etwas am Wahrheitsgehalt ändern. Gefällt mir nicht, ist nicht gleich unwahr. Also es gibt viele Dinge, die gefallen mir nicht, aber sie sind wahr. Ich muss Steuern zahlen, meiner Meinung nach zu viele. Aber es ist wahr. Ich muss zum Zahnarzt regelmäßig, sorry an mögliche Zahnarzthelfer und Zahnärzte hier, aber ich mag es nicht. Ich mag nicht gern zu euch gehen. Also nicht in diesem Setting zumindest. Gerne anders, wann anders dann. Aber Wahrheit wird nicht durch persönliche Präferenzen bestimmt. Das ist so antipostmodern, wie es nur sein kann, aber es ist halt mal so. Wahrheit ist kein Wunschkonzert. Wie die Dinge jetzt um Gott, mit Gott sind und was in der Bibel steht und was wahr ist, das wird ja nicht in die eine oder andere Richtung anders durch persönliche Präferenzen. Und es gilt in vielen Lebensbereichen. Das heißt, was meine ich damit? Wir lese vielleicht Dinge in der Bibel, die uns herausfordern. Aber sollten wir deswegen jetzt sagen, ich glaube nicht mehr daran, dass das wahr ist? Okay, andere Frage. Deswegen habe ich so zwingend noch mit dazu geschrieben. Ist es, ist Gott gut? Ich glaube, wir müssen diese Fragen auseinanderhalten. Ist Gott gut und existiert Gott? Das sind zwei verschiedene Fragen. Es gibt Menschen, die haben überhaupt gar kein Problem damit, Gottes Existenz anzuerkennen. Sagen, ja klar, natürlich, die Welt wurde geschaffen. Woher sollte sonst alles kommen? Aber an einen Gott, der das und das zulässt, möchte ich nicht glauben. Und für andere ist vielleicht das gar nicht so die große Frage, die sie bewegt. Aber sie sind eher dann in der Thematik drinne. Okay, was spricht denn für und gegen seine Existenz? Die Bibel möchte uns mehr vermitteln, als so einen kalten, nüchternen Kopfglauben. Es ist ja kein Friss-oder-Stirb-Glaube. Ja, gefällt es dir nicht? Ja, Pech gehabt. Friss-oder-Stirb. Nein, wir lesen ja in der Bibel von einem Gott, der gerne angebetet werden möchte. Der möchte, dass wir begeistert von ihm sind, dass wir gerne mit ihm unterwegs sind. Und deswegen, natürlich, sind es Fragen, denen wir uns irgendwo stillen müssen. Wie bringen wir bestimmte Bibelpassagen über einen Gott, der auch mal als Richter hart eingreift, damit zusammen, dass er ein Gott der Liebe ist? Ich glaube, es gibt gute Antworten, aber ja, ich finde erst mal wichtig, einfach von dieser Denke her zu kommen. Gefällt mir nicht, heißt nicht gleich unwahr. Wie gehe ich damit um, wenn mich Dinge in der Bibel herausfordern? Ich halte mir Gott als moralischen Gesetzgeber vor Augen. Wer bestimmt denn, was gut und was böse ist? Wer legt das fest? Ich habe vorletzte Woche, oder vorletzte Woche, bin mir gar nicht sicher, war ich in Hamburg und da kam ich an dem Scientology Center vorbei und bin ich da reingelaufen, einfach ein bisschen mit den Leuten gequatscht und über das Evangelium ins Gespräch gekommen. Und ich fand das so interessant, weil deren Ziel ist es ja, auf der ganzen Welt Menschen dazu zu bringen, diese Kurse zu belegen und ich habe dann auch erfragt, weil die kosten auch relativ viel, da gibt es unterschiedliche Tarife in den unterschiedlichen Ländern. Also ja, schon mal interessant, aber man belegt diese Kurse und wird dadurch frei von den ganzen Belastungen, die Drogen und unter anderem auch unmoralische Handlungen auf uns abgelagert haben und dadurch quasi, dass wir diese Kurse machen, werden wir am Ende einen Zustand erreichen, dass wir clear sind oder in christlicher Terminologie erlöst. So, ich kam dann so von genau dieser Warte her, okay, aber wenn Sie jetzt sagen unmoralische Handlungen, dann was meinen Sie denn mit unmoralisch? Was ist denn gut? Was ist denn böse? Wenn Sie jetzt sagen, Sie sind als Scientology in unterschiedlichen Kulturen unterwegs, das definiert ja jemand in Kenia ganz anders als jemand in Russland und jemand in Russland ganz offensichtlich anders als in der Ukraine und jemand in Israel anders als in Brasilien. Menschen haben ja unterschiedliche Moralvorstellungen. Also wenn es nicht eine höhere Instanz gibt, einen Gott, auf den wir uns berufen können, wie können wir denn überhaupt festlegen, was gut und was böse ist? Wie kann in Scientology Menschen helfen, von den Ablagerungen moralischer Verfehlungen frei zu werden, wenn die einen Scientologen in dem Einkurs sagen, das ist ja gar nicht unmoralisch und die anderen sagen, das ist unmoralisch. Wenn in dem einen Land Frauen beschnitten werden und in dem anderen gilt es zu Recht als Menschenrechtsverbrechen und so weiter. So Menschen können eine Meinung haben, wir alle können eine Meinung haben über Gut und Böse, aber wer ist dann letztlich die höchste Instanz? Das ist nicht unsere Prägung in Westeuropa nach sexueller Revolution und 68er Bewegung. Das ist nicht, wie die Azteken gedacht haben. Das ist nicht, wie die pakistanischen, vorislamischen Panjabis gedacht haben. Ich greife jetzt mal random verschiedenste Kulturen raus, weil die, in der wir sind, ist ja auch nur random eine von zig verschiedenen. Wieso sollte jetzt ausgerechnet unsere eine dies sein, die der Maßstab dafür ist, was gut und was böse ist? Nein, Gott sitzt auf dem Thron. Er bestimmt, was gut und was böse ist und es kann sein, dass unsere Werte, die wir in der Uni, die wir in der Schule, die wir im Elternhaus einsaugen wie die Luft, die wir atmen, sich manchmal von dem abheben, was der ewige Schöpfer des Universums als gut, als falsch, als gerecht, als ungerecht empfindet. Aber ich finde wichtig, und das ist eine grundlegende Eigenschaft von Christsein, Gottesfurcht zu haben und Gott als die höchste Instanz anzuerkennen, das zu tun. Ja, und ich halte mir vor Augen, dass meine persönlichen Präferenzen sich von denen andere unterscheiden. Wie gesagt, was für den einen total der Punkt sein kann, ist für den anderen gar keiner. Ich weiß noch, ich hatte einen, mittlerweile ist der Christ tatsächlich ein sehr guter Freund von mir, er war Muslim, ist Christ geworden, aber der hatte mir damals was zugeschickt über, da ging es irgendwie um Missionare in einem Land und so eine fiktive Story, wie die jetzt quasi mit Druck und Zwang den Kindern den christlichen Glauben aufdrücken und denen solche schlimme Dinge beibringen, wie dass es ein Leben nach dem Tod mit oder ohne Gott gibt. Und ich war dann schon so voll in meiner Apologie, warum ich glaube, dass es sinnvoll ist, davon auszugehen. Und er so, nee, nee, ach, das ist ja klar, natürlich gibt es das. Natürlich sind wir am Ende im Himmel oder in der Hölle, logisch. Aber nee, nee, mir geht es gerade um den anderen Punkt, wo da gesagt wurde, wie kann Gott einen Sohn haben? So, was? An dem Punkt hast du dich gestört. Also, da wette ich jetzt was drauf, da rede ich jetzt mit 20 in Chen Silan in der Fußgängerzone. Kein Mensch wäre über diesen Text gestoßen und hätte irgendeine Rückfrage zur Dreieinigkeit gestellt. Daran stößt du dich jetzt gerade und das aber nimmst du einfach als gegeben hin. Interessant. Also muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Dinge, die uns vielleicht voll umhauen, sind für andere Menschen gar nicht so das Ding und für andere eben schon. Die Frage ist eben, wer ist der Maßstab für Gut und Böse? Und ich glaube, das ist Gott. Okay, jetzt bringe ich kurz einen Schluck Wasser gleich. Nee, aber diesen Punkt bringe ich noch. Den finde ich nämlich auch wichtig. Ich blicke von dem, was ich über Gott weiß, auf das, was ich nicht verstehe. Es gibt Dinge, die können wir nicht verstehen. Warum hat Gott da eingegriffen? Warum da nicht? Warum hat er da gehandelt? Da nicht. Warum lesen wir hier bestimmte Dinge in der Bibel, die irgendwo in Spannung sind? Aber was wissen wir denn über Gott? Was wir über Gott wissen ist, dass er es so gut ist, dass er selber einer von uns wurde. Dass er selber sich am Kreuz für uns hingegeben hat. Gut, damit haben jetzt manche sogar ein Problem, während es für mich der größte Ausdruck von Liebe ist. Aber er hat sich selbst hingegeben. Du kannst ja nicht auf noch krassere Weise jemandem zeigen, dass du ihn liebst. Das hat Gott getan. So ein Gott kann nur gut sein. Und wenn ich mit bestimmten Dingen meine Probleme habe, schaue ich immer auf die Dinge, die ich weiß über Gott. Ich will es mal vergleichen damit. Stell dir vor, ein Dreijähriger, Zweijähriger kriegt mit. Der Papa, der ist irgendwie nie da. Der ist den ganzen Tag weg. Und er versteht es nicht. Da kann der Papa ihm noch so gut erklären, das ist, weil ich arbeiten muss, weil ich was in die Rentenkasse einzahlen muss. Das ist, damit du was auf dem Tisch hast. Der kommt abends heim, spielt mit seinem Sohn und am Wochenende ist er mit ihm. Und deswegen weiß der Sohn, ganz offensichtlich liebt er mich. Ganz offensichtlich liegt dem was an mir. Aber trotzdem muss er irgendwie sich mit dieser Realität auseinandersetzen. Der ist auch viel weg. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Wir im Vergleich zu Gott sind nicht nur wie der Zweijährige zum Vater. Ich glaube, das, wie wir Gottes Wege verstehen und erfassen können, ist noch weiter von weg. Aber darum ist es so wichtig, von dem, was wir über Gott wissen, auf das zu schauen, wo wir manchmal vielleicht auch schwer einordnen können. Und ein Gott, der Mensch wird, sich am Kreuz für uns hingibt, ist ein Gott, der gut ist und dem ich gerne nachfolge. Okay, wir kommen so in den Endspurt. Und es gilt jetzt an uns Leitende. Wie können wir Christen begegnen, die Glaubenszweifel haben, die sich schwer tun mit bestimmten Punkten? Ich möchte dafür über einige verstärkende Faktoren sprechen, die aus meiner Sicht dazu beitragen, dass Glaubenszweifel bei Christen angeregt werden und wie wir damit umgehen können und sollten, meiner Ansicht nach. Ich glaube, ein verstärkender Faktor für Glaubenszweifel ist ein Unverständnis im christlichen Umfeld. So, wenn Christen zum Beispiel ihre Bedenken äußern, aber in ihrer Gemeinde, bei ihren Leitern oder in ihrer Familie stoßen sie nur auf Unverständnis. Wie kannst du diese Frage überhaupt stellen? So, wenn Christen das falsche Gefühl vermittelt wird, man hätte einfach nur blind zu glauben und es sei falsch, auch mal kritischere Fragen zu stellen, dann führt sie das unter Umständen zu der falschen Annahme des Christentums, seine anti-intellektuelle Glaubensrichtung. Und man dürfe und solle gar nicht hinterfragen. Und ganz oft, wenn Leute so ihre Storys erzählen, was sie vom Glauben weggebracht hat, dann ist es oft genau das, dass sie das beschreiben als ein Klima, da konnte man keine Fragen stellen. Das hatte man einfach so hinzunehmen. Natürlich muss man sich fragen, was ist denn der Sinn und Zweck von einer christlichen Gemeinschaft? Was ist der Sinn und Zweck von einem Hauskreis, von einer Kirche? Wir kommen ja zusammen, um Glaubensinhalte ins Zentrum zu stellen und die zu highlighten und nicht als offenes Forum, um jetzt grundsatzmäßig über die Existenz Gottes zu philosophieren. Das ist ja logisch. Aber in gewissem Maße, glaube ich, sollten wir auch dem absolut Raum geben, wenn Menschen sich manchmal schwer tun, auch mit Punkten. Mein empfohlener Umgang, zeige Empathie. Im Judas 22, tatsächlich nur ein Kapitel, Judas Vers 22 steht, wendet euch denen voller Mitgefühl zu, die von Zweifeln geplagt sind. Hast du Mitgefühl für Menschen, die zweifeln? Hoffentlich ja. Sehe sie nicht als Unruhestifte, als Leute, die jetzt irgendwo das Nest beschmutzen, die jetzt Unruhe reinbringen, die jetzt irgendwo schlafende Hunde wecken und Themen, über die man jetzt besser gar nicht nachdenken sollte, weil wir glauben jetzt einfach mal, Menschen, die mit dem Glauben wrestlen, sei froh über sie in gewisser Hinsicht. Wenn du das Gefühl hast, da geht es jetzt nicht nur darum, die ganze Zeit in der Grundsatzdiskussion zu führen, sondern da ist ein ehrliches, aufrichtiges Suchen nach Wahrheit. Hab ein Mitgefühl mit Menschen, die zweifeln. Ich finde, das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Leute äußern ihre Zweifel und dann wird ihnen so eine Wir-gegen-die-Haltung gegenüber gespiegelt. So als wären, als würden wir irgendwo als evangelikale Gemeinde gegen die Menschen kämpfen müssen, die da jetzt zweifeln. Nein, wir müssen voller Mitgefühl uns Menschen zu wenden, die von Zweifeln geplagt sind. Nehm Fragen ernst. In jeglicher Hinsicht. Auch in der Hinsicht, dass du auf Sachfragen sachlich antwortest und nicht immer direkt die Intentionen hinterfragst und Hobbypsychologe spielst. Also wenn jemand zweifelt und er kommt zu dir mit der Frage, ja okay, in dem Evangelium steht es von einem Engel am Grab, in dem stehen, dass es zwei waren, in dem ist es irgendwie nochmal anders, dann ist es eine Sachfrage. Dann hilft es dem nicht, wenn du jetzt irgendwie ihn über sein Vaterbild befragst oder irgendwelche Theorien anstellst, ob da jetzt irgendwas Tieferliegendes sein kann. Das kannst du ja für dich selber denken, aber nehmen Menschen ernst mit den Fragen, die sie haben. Und manchmal ist es so, sicherlich, dass irgendwelche Fragen auf einer oberflächlichen Ebene gestellt werden, wo aber eigentlich ein seelsorgerliches Thema dahinter steckt. Ja, aber das ist nicht der erste Go-To-Ort, wo wir mal im Gespräch hingehen sollten. Ja, Bete. Als Christen beten wir, oder? Gebet hat Kraft. Und wie gesagt, hinter Glaubenszweifeln, da stecken oftmals tieferliegende Dinge, da stecken oft geistliche Kämpfe, die nicht rein intellektueller Natur sind. Das zu sehen, das zu erkennen und ins Gebet vor Gott zu bringen, ist total wichtig. Bring Geduld mit. Nimm dir Zeit für Menschen, die sich dir mit ihren Zweifeln anvertrauen. Das ist nicht so eine Sache wie, so jetzt hocken wir uns einmal hin mit Klemmbrett, du erzählst mir das kurz, ich schicke dir kurz einen YouTube-Link, ah cool, der hat einen Artikel zugeschrieben, also Häkchen, die Antwort hast du jetzt zu schlucken. Wenn man das Gefühl hat, es gibt auf alles eine vorgefertigte Antwort, die man einfach nur zu übernehmen hat, dann, mich erinnert das immer stark an die Zeugen Jehovas, da läuft es genau so. Du sprichst mit jemandem in Berlin und er gibt dir eins zu eins die identische Antwort, wie der, der in Villingen-Schwenningen steht. Jetzt, diese Woche hast du wieder mit Zeugen Jehovas gequatscht. Ich stelle hier eine Frage und ich frage so, könnt ihr mir eine einzige Gruppe nennen, die es schon vor der, ähm, die es vor den Zeugen Jehovas gab, der die Bibel richtig verstanden hat, weil ihr seid ja der Meinung, es kann nur eine Gruppe geben, die die Bibel richtig versteht. Wer seit dem Tod der Apostel bis heute war das? Und ich, bevor ihr jetzt mir sagen wollt, die und die und die, nee, die haben aber an die Trinität geglaubt, also wenn ihr jetzt gleich mit Wycliffe kommt, ähm, und, äh, ja, äh, woher weißt du, dass wir die bringen wollen? Ja, weil jeder Zeuge Jehova immer mit Wycliffe kommt, das lernt ihr in euren Kursen, in euren Zusammenkünften. Das macht mich skeptisch. Wenn ich mit jemandem spreche und ich habe das Gefühl, der hat eigentlich nur vorgefertigte Antworten, die habe ich jetzt zu schlucken, bring Geduld mit. Manchmal wrestlen Menschen mit ihren Fragen und es ist wichtig, dass wir, ähm, sie da auch mittragen. Ein verstärkender Faktor ist ein rein emotionsbasierter Glaube. Wenn der eigene Glaube nur auf Emotionen aufgebaut ist, dann bricht er zusammen, wenn diese mal ausbleiben oder ganz wegbleiben. Und nicht, dass ich gegen Emotionen bin. Absolut. Ich bin für emotionale Lobpreiszeiten und Gotteserfahrungen und so weiter. Aber unser Glaubensfundament sollte nicht nur daraus bestehen. Äh, Frank Turek, ein Apologet aus den USA, hat Folgendes gesagt, if you catch them through emotions, you will catch them to emotions. Wenn jemand nur glaubt, wegen einem Emotionshoch, dann wird er nicht glauben, wenn diese Emotionshochs ausbleiben. Und deswegen, so sehr ich es auch wichtig finde, persönliche Begegnungen mit Gott zu haben und Gefühle sollten eine Rolle spielen. Die ganzen Psalmen sind voll davon. Ist es doch so wichtig, dass wir, ähm, Gefühle richtig einordnen? Das wäre auch mein empfohlener Umgang. Ähm, Gefühle gehören zu einem lebendigen Glauben dazu, aber sollten nicht die alleinige Grundlage bilden. Als ich meine Frau kennengelernt habe, ich habe schon so diese Vibes gespürt, ja, ich, ich, ich könnte mich verlieben. Ähm, aber ich habe mir gesagt, aber sie ist mir erst mal aufgefallen, im Hauskreis durch die ganzen Sachen, die sie so geäußert hat und wie sie gedacht hat, wie sie ihr Leben gelebt hat, ihre Werte, ihre Überzeugungen. Ähm, das hat mich angesprochen. Das hat mich überzeugt. Das hat mir irgendwo auf einer Verstandesebene, auf einer rationalen Ebene, wenn man so will, irgendwo gezeigt, okay, das sind gute Argumente, die für sie sprechen und dafür, dass wir eigentlich gut zusammenpassen könnten. Und ich habe mich bewusst davor bewahrt, mich jetzt gleich in die Emotionen reinzupushen und dann gleich hier irgendwelche dramatischen, ich höre da voll reinzubürsten. Denkt man nicht, aber tatsächlich, ja, ich mag orientalische Lieder und auch Serien, aber. Bitte? Zu viel getanze, aber, äh, aber ich war schon dreimal in Indien. Ich liebe Indien, aber Bollywood, äh. Ähm, ja, anyhow, als dann der Punkt kam, wo ich gemerkt habe, hey, wir passen, glaube ich, gut zusammen, ähm, habe ich, und wir uns in der Kennenlernphase befunden haben, gab es dann irgendwann einen Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt erlaube ich mir selber, einfach mal da zu liegen und von ihr verliebt zu schwärmen. Statt, dass ich mich gleich von vornherein in die Gefühle reinsteige und gar nicht mehr mit klarem Blick auf das Ganze gucken kann. Und ich glaube, manchmal ist es so, wir, wir sind verliebt in Jesus, aber wenn man genauer hinhören würde, wüssten wir gar nicht, wieso. Ähm, vielleicht schon, wir können schon sagen, wieso. Aber, ähm, ich finde, das Allerbeste ist es, wenn Gefühle folgen auf eine Überzeugung, die wir haben. Wenn du singst, das Grab ist leer und du weißt, was dann dafür spricht, dass das Grab Jesu wirklich leer war, weil keiner findet eine Story, wo, äh, Frauen, ähm, eingebaut sind im ersten Jahrhundert, ähm, weil die Osterbotschaft hätte sich nicht von Jerusalem aus verbreiten können, wäre Jesus noch da drinnen gelegen und so weiter. Dann stehst du im Lobpreis begeistert, enthusiastisch und du weißt auch noch, warum du begeistert bist. Und plötzlich bekommt dieses Gefühl eine ganz andere Tiefe. Aber wenn es nur das Fundament ist, dann ist es nicht so gut. Ähm, ja, spreche auch den Verstand an. Schaffe Angebote, die den Intellekt ansprechen. Jesus fordert uns auf, Gott mit unserem ganzen Verstand zu lieben, Lukas 10, 27. Es ist nicht ein Entweder-Oder. Es ist nicht ein Entweder-Bist-Verstandes-orientiert oder du bist halt mehr der Emotionale. Wir haben vielleicht unterschiedlich stark ausgeprägte Anteile, ähm, in uns, aber, ja, wenn wir ganzheitlich Gott nachfolgen wollen, gehört unser Verstand auch mit dazu. Okay, ein weiterer verstärkender Faktor sind unausgesprochene und verdrängte Zweifel. Wenn die eigenen Zweifel unterdrückt werden, erscheinen einem die Punkte, deren wegen man zweifelt, oft größer, als sie tatsächlich sind und türmern sich vor einem auf wie so ein riesiger Berg. Aus Angst dann vor der Reaktion von anderen, ähm, aber eben auch vor möglichen Konsequenzen, die einem vielleicht blühen könnten. Na, ich bin Hauskreisleiter und wenn ich jetzt damit irgendwo zweifle, irgendwas heißt, es behalten viele ihre kritische Fragen für sich und ich finde Folgendes wichtig. Ich finde wichtig, dass wir eine offene Kultur schaffen, dass wir es möglich machen, dass Menschen auch kritische Rückfragen äußern können, ohne dass alle gleich entrüstet und schockiert hingucken und es da gewisse Spaces auch gibt. Und ich finde wichtig, zu Resilienz zu ermutigen. Im Grunde den Punkt, den ich vorher schon, ähm, hatte, ähm, ich finde es wichtig, ähm, ja, Christen zu vermitteln, dass man nicht auf alles eine Antwort haben muss. Ähm, da wo, ja, da wo Leute, ähm, Zweifel haben und die in sich tragen, ähm, dann finde ich es wichtig, auch rüberzubringen. Das ist okay, die auch mal eine Zeit lang, ähm, mit sich rumzutragen. Es ist okay, die auch mal auszusprechen und auch mit denen irgendwo unterwegs zu sein, ähm, aber tu sie nicht einfach nur runterschlucken, weil das ist meistens nicht so gut, wenn sie dann plötzlich einmal aus dir rausploppen. Ein weiterer verstärkender Faktor, der zu Glaubenszweifeln führt, ist eine ungesunde geistliche Abhängigkeit von geistlichen Leitern und anderen Christen. Es ist wichtig, Glaubensvorbilder zu haben, aber es ist auch wichtig zu sehen, dass Menschen inklusive Christen, inklusive Glaubensvorbilder Fehler machen. Und davon ist, wer die Bibel kennt, eine Hülle und Fülle an Beispielen gegeben, ähm, wenn wir uns anschauen, wie Abraham drauf war, der gelogen hat. Wenn wir uns anschauen, wie ein Jakob drauf war. Wenn wir uns anschauen, wie ein Josef drauf war. Und wir können das Neue Testament weitermachen. Ein Petrus, der von den einen sich wegsitzt, von den Heidenchristen sich wegsitzt, als die andere Gruppe mit dazukommt, wie wir es im Galaterbrief lesen. Ähm, das ist jetzt schon krass, oder? Wenn du denkst, der erste Leiter der frühen Kirche, ich glaube jetzt nicht der erste Papst, aber, ähm, früher Leiter in der frühen Kirche. So, darauf können wir uns einigen, ähm, wie er so ein Verhalten an den Tag legt. Wow, Petrus, das ist ja mal sowas von toxic. Aber, ja, die Bibel berichtet es uns, offen und transparent. Und deswegen finde ich wichtig, hier auf biblische Beispiele verweisen und klar machen, ähm, die Bibel ist voller Antihelden und es gibt nur einen, der nicht enttäuscht, und das ist Gott. Transparenz zeigen, ähm, spreche offen über deine eigenen Fehler und mache anderen keine falschen Illusionen. Dass bei dir immer alles läuft, dass du immer nur von Sieg zu Sieg gehst, dass du immer nur, es gibt auch so eine gewisse ungesunde Form von, ich nenne es mal, geistlicher Seelen-Striptease und es gibt schon auch Plattformen, da finde ich es nicht angebracht, also man muss jetzt nicht überall immer über alle Probleme und Schwierigkeiten, die man hat, reden, aber in gewisser Weise schon auch transparent zu sein, zu sagen, hey, auch ich gehe durch Kämpfe, auch ich habe Versuchungen, auch ich habe Zweifel, auch ich habe nicht immer nur ein steil nach oben Christsein. Das ist wichtig und es, ähm, führt dann auch nicht dazu, dass Leute denken, boah, mit mir und meinem Leben ist was falsch, weil die predigen ja immer von Durchbruch und von mit Gott geht's voran, aber irgendwie bei mir sieht es anders aus. Vermittle auch offen, wo du selber schon durch Zweifelfassen gegangen bist. Ich glaube, es ist auch, ohne dass man da jetzt so ein Heresy-Hunter sein sollte, immer auf der Suche nach, ähm, dem Nächsten, den man irgendwie öffentlich outcallen kann, ähm, durchaus legitim und manchmal auch wichtig, problematische Dinge in der christlichen Welt zu benennen. Nicht alles muss man verteidigen ähm, und Leuten damit das Gefühl geben, wenn du Christ bist, dann musst du das auch so sehen oder auch so gut finden. Ähm, da gab's vor ein paar Jahren mal so eine Doku, da wurde ein Arzt dann mit reingebracht, der, ähm, so Exorzismen und Befreiungsgebete anbietet, ähm, und das über die Krankenkasse abrechnet. Gut, kann ich mich jetzt natürlich drüber aufregen, NDR, Christenverfolgung. Ja gut, oder? Ich sag halt, ja, das ist auch schon ganz schön daneben und Panne. Also sollte man nicht machen. Ähm, ja, es ist vielleicht nicht so cool, auf den Spielplatz zu gehen, um mit Süßigkeiten die Kinder alle einzuladen und so. Würden das jetzt die Mormonen auf dem örtlichen Spielplatz machen, hätte ich da schon ein Problem damit. Hättest du jetzt Lust darauf, dass seine Kinder, dass seine kleinen Geschwister mit Süßigkeiten gelockt werden in die örtliche Salafisten-Moschee? Hättest du auch keine Lust drauf? Kann ich jeden Atheisten verstehen, der sagt, ah, das ist echt schon ein bisschen strange. Wir müssen nicht alles verteidigen und gut finden, weil wir irgendwie uns in einem evangelikalen Lager wägen. Wir können über Fehler sprechen, über die wir selber gemacht haben, über Dinge, die wir bei anderen sehen, ähm, ohne jetzt in so einer, äh, ich spreche lieber über Inhalte als über Personen oder Gruppen, aber man muss Menschen nicht das Gefühl vermitteln, du musst alles immer gut finden, was es gibt. Ähm, weil die ja eben nicht perfekt sind und weil das die Bibel eben auch nicht tut. Finde ich wichtig. Kenne deine Grenzen, ähm, finde ich als Leiter auch eine ganz wichtige, äh, Lektion auf verschiedenen Ebenen, aber eben auch in der Begleitung von Menschen. Wenn du ein visionärer Leiter, aber kein guter Seelsorger bist, dann leite Menschen weiter. Nicht jeder von uns ist ein Therapeut, nicht jeder von uns ist ein Theologe. Es ist ähm, ja, versuchen, ähm, sich irgendwo, ja, um Menschen zu kümmern, Menschen zu begleiten mit Themen, mit Fragen, die einen vielleicht auch überfordern. Okay, ein ganz, 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 ganz häufiger Punkt, äh, wenn Menschen ihren Glauben ablegen und das regelrecht als eine Befreiung erleben. Und das ist ja etwas, wo man fast schon ein bisschen so Angst vorbekommen kann. Krass, jemand, der, ähm, ist kein Christ mehr und der erlebt es plötzlich als ein freieres Leben, als ein schöneres, als ein erfüllteres Leben. Wie kann das denn sein? Das hängt meiner Ansicht nach sehr häufig damit zusammen, dass Menschen lange nach christlichen Geboten leben, ohne ihren Sinn zu kennen oder ohne ihren Sinn zu erkennen. Etwas nur machen, weil das ein ungeschriebener sozialer Code einer gewissen christlichen Gemeinschaft ist, in der sie sich befinden. Wo sie wissen, hey, hier in dieser Kirche, da lebt man das halt so mit, ähm, kein Sex außerhalb der Ehe. Hier in dieser Kirche, da raucht man halt besser jetzt vielleicht, äh, nicht gerade Kette. Hier in dieser Kirche, da, ähm, dringt man, ähm, sich jetzt vielleicht nicht mal irgendwie, äh, zu am Samstagabend und sitzt dann mit Kater am Sonntagmorgen drinnen. Macht man halt nicht so. Äh, und weil ich ja irgendwie nicht negativ auffallen will und irgendeinem sozialen Code und einem ungeschriebenen Gesetzen, ähm, mitfolgen will, deswegen mache ich das alles nicht. Und das ist echt problematisch, weil da, wo Menschen einem oft auch nur gefühlten sozialen Druck, weil in der Praxis habe ich das Gefühl, sind christliche Gemeinden sehr viel toleranter und einladender und so weiter und integrativer, als das manchmal so dargestellt wird. Ähm, aber da, wo Menschen einem oft nur gefühlten sozialen Druck nachgeben und deswegen, äh, nach christlichen Geboten leben, dann sind sie irgendwann ausgebrannt. Wer nicht intrinsisch angetrieben ist, sein Leben nach Gottes Geboten auszurichten, wird es als eine starre Gemeindeetikette empfinden und dann macht er das in seinem Kopf einfach nur, um den anderen zu gefallen, aber nicht aus einer persönlichen Überzeugung heraus. Und darum ist es so wichtig, dass wir Menschen den Sinn hinter christlichen Geboten vermitteln. Gott hat sich was bei seinen Geboten gedacht. Es geht nicht einfach nur darum, du bist Christ, also darfst du das nicht und musst du das und solltest du das und solltest du das nicht. Wir sind nicht in einem Verboten erlaubt, Haram-Halal-Schema drin. Wir glauben, was Gott gesagt hat, macht Sinn. Und deswegen sollten wir auch, wenn wir über Themen sprechen, vermitteln, was der Sinn dahinter ist, was der Purpose Gottes, die Idee Gottes dahinter ist. Ich selber komme aus einem einmal im Jahr an Weihnachten in die Kirche gehe, äh, Elternhaus, äh, so nominell, katholisch, hat jetzt uns nie so viel als Family bedeutet. Ich habe schon immer irgendwie so einen Bezug zu Gott gehabt, ihn gesucht, aber bringe jetzt nicht meine Bekehrungsstory. Ähm, aber als ich dann frisch in die Gemeinde gekommen bin, das war für mich einfach eine neue Welt. Also, ich wusste schon, okay, es gibt da Muslime, die haben da ein bisschen eine konservativere Ethik, wenn es um Beziehungen und so geht, aber das war für mich völlig klar, ja, nee, also, Deutsche, Europäer, die leben halt anders. Ähm, und ich wusste es schlichtwegs nicht, dass es Menschen gibt, die keinen Sex außerhalb der Ehe haben. Das war für mich ein völlig neues Konzept. Das ist, was? Ich habe das auch am Anfang für einen Witz gehalten, dass, nee, als ob, so, als ob der jetzt nicht und dann noch, nein. Ähm, aber ich fand den, als mir das Leute erklärt haben, warum, fand ich das total einleuchtend und total ansprechend sogar. Ich dachte mir, Hammer, das sind Leute nicht nur, ähm, zusammen, weil sie gerade irgendwie einen Lebensabschnittsgefährten haben, sondern gehen mit einer, mit dieser Denke in in die Beziehung rein. Das Ganze sollte im besten Fall mal auf die Ehe zu laufen. Ähm, wir wollen uns jetzt nicht direkt schon in Körperlichkeit reinhängen und vielleicht damit auch so ein bisschen vernebelt sein, sondern uns erst mal kennenlernen auf einer persönlichen, auf einer menschlichen Ebene und sehen, passen wir zusammen? Sind wir ein gutes Team? Können wir gemeinsam unterwegs sein? Und dass das Ganze eben nicht aus so einer restriktiven Haltung ist, sondern aus einer, ja, aus dem das Gott Sexualität geschaffen hat und sagt, das ist der beste Rahmen dafür. Das fand ich total ansprechend. Ich meine, ich hatte auch ein paar Jugendpastoren, die haben da manchmal fast ein bisschen so schlüpfrig, so in den Predigten drüber gesprochen und ich habe schon gemerkt, okay, das ist jetzt hier nicht so ein, du darfst es halt nicht, sondern ein, hey, wenn du sechs hast, dann aber auch richtig. Also so, das war schon so ein, wo ich gemerkt habe, ja, das ist so, das kostet was, das verlangt einem etwas ab, aber da gibt es einen Sinn dahinter. Das ist nicht einfach random und wenn du dann auch noch ein bisschen da reinguckst in Statistiken und so weiter, wenn du siehst, wie sich das positiv auswirkt auf Ehe, auf Familie, damit auf eine Gesamtgesellschaft und so weiter, dann siehst du, ja, Gott hat sich was dahinter gedacht. Warum reite ich, warum bin ich auf diesem Punkt, ich reite nicht darauf rum, aber weil andere darauf rumreiten und sagen, ja, das ist so, das habe ich so gelebt, weil ich musste das halt machen. Ja, das ist so wichtig, dass wir den Sinn hinter dem vermitteln, was Gott sagt. Dass wir eine offene Kultur schaffen in der Hinsicht, dass Menschen auch dann angenommen sind, wenn ihr Lebensstil nicht christlichen Maßstäben entspricht. Das ist manchmal so, dass wir das nicht ganz verhindern können, dass Leute irgendwo eine gewisse Scham empfinden, weil sie genau wissen, hey, eigentlich, aha, sieht die Kirche das hier anders, predigt die das hier anders und ich weiß Beispiele einfach, wo hundertprozentig wüsste Personen jetzt bei uns in der Kirche, die wären völlig angenommen, völlig eingebunden, völlig geliebt, aber sie fühlen sich selber innerlich ein bisschen beklommen, weil sie da eine Scham empfinden, wo sie jetzt mit ihrem Lifestyle ein bisschen anders unterwegs sind, als wir es von der Bibel her sehen. Aber wir sollten unser Bestes irgendwo dazu beitragen, dass Menschen sich angenommen fühlen und wissen, hey, ich kann hier auch abhängen, selbst wenn ich jetzt gerade einen anderen Lebensstil habe, finde ich wichtig, damit wir auch da irgendwo nicht in der Kultur haben, die Leute irgendwo ausstößt, sobald wir, ja, sobald sie irgendwo nicht unserem Verständnis von biblischem Lebensstil entsprechen. Okay, erkläre die Motivation. Ruf Leuten immer wieder in Erinnerung als Leiter, dass sie nichts für dich machen, für die Gemeinde machen, für irgendwen anderen machen, sondern es alleine um ihre persönliche Beziehung zu Jesus geht. Keiner sollte nur, um den anderen zu gefallen, auf eine bestimmte Weise leben oder bestimmte Formen einhalten, sondern um mit Gott selbst verbunden sein. Es kann leicht passieren, dass äußere Formen und auch sehr erweckliche Formen zum Zentrum des Glaubens werden und man an Gott vorbei geht, ohne es zu merken. Okay, ich komme in die Ziel gerade. Ich habe nur noch zehn Punkte. Ne, Spaß. Ich bin in drei Minuten fertig. Ich würde es wie immer eine Minute. Ein weiterer verstärkender Faktor, ein einseitiges Gottesbild und ein vereinfachtes Glaubensverständnis. Den Punkt tue ich so ein bisschen durchrushen oder im Grunde überspringen, weil ich habe heute Morgen den Markus so am Rande, als wir kurz durchgelaufen sind, darüber reden gehört. Predige das volle Evangelium, dann hast du später nicht Leute, die von dir ermutigt wurden, jeden Tag ihre Bibel zu lesen, aber dann in der Bibel auf Sachen stoßen, wo sie irgendwie nicht so wiederfinden. Sonst, sprech die Elefanten im Raum an. Geh auf relevanten Themen und Fragen ein, statt sie zu umschiffen. Man kann Themen nicht wegschweigen. Nehm im Hauskreis mal nicht nur das Markus-Evangelium durch oder den Epheserbrief, sondern geh auch mal das Borussia durch. Geh mal Joshua durch. Sprech mal über Themen, die einfach de facto ja Gottes Wort sind. Und ja, ich glaube, manches wird dann auch den Wind oder den Flügeln wegnehmen, wenn wir in unseren eigenen, auch in einem sicheren Rahmen irgendwo über Themen sprechen. Und das wird manche Schockmomente auch wegnehmen. So, wenn du weißt, es gibt Diskussionen darüber, ob jetzt der lange Markus-Schluss Teil des Markus-Evangeliums ist oder nicht, steht in jeder Bibel ja an sich theoretisch hinten drin. Aber wenn man mal darüber einfach spricht, dass es diese Diskussionen gibt, dann kann nicht irgendein Iman-TV-Livestream oder irgendein liberaler Theologe à la Bad Oehrmann dich jetzt damit schocken, dass es so ist. Weil, hast du schon mal gehört, kennst schon die verschiedenen Seiten, weiß aber auch, dass es kein einziges christliches Dogma infrage stellt und bist dann nicht so geschockt. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir als Leiter ja, da so drin sind. Okay, und mein letzter Punkt und ich glaube, Lukas macht noch eine Abmoderation oder? Okay. Ist folgender, wenn Leiter ihre Wünsche und Überzeugungen zum Maßstab machen. Ich glaube, manchmal ist es so, dass wir in Menschen die Samen des Zweifels selber sehen, indem wir bestimmte Aussagen troppen, die nicht unbedingt sein müssen. Ich war vor kurzem im Gottesdienst und da war vorne ein wirklicher Prediger und dann spricht er über seine eigene Bekehrungsstory und wie dann er damals die Apostelgeschichte gelesen hat und gesagt hat, einen Gott, der heute weniger liefert als das, was wir da lesen, den will er gar nicht. Und ich dachte mir, okay, boah, also Respekt. Jetzt hast du hier, ist das schön, predigt sich jetzt hier so leicht, aber jetzt hast du hier gerade ein paar hundert Leute sitzen. Weiß ich nicht, wie viele Leute, die am Eingang zur Kirche schon aus dem gelähmten Zustand rausgebetet haben. Keine Ahnung, ob du jetzt da laute Leute hast, die sagen, ja klar, logisch, oder ob du nicht in manchen Leuten eigentlich eine Unsicherheit auslöst. Wenn das so ist, wenn das der Maßstab ist und ich erlebe das aber irgendwie nicht, dann ist vielleicht was mit meinem Glauben falsch. Wenn es nur einen Fehler in der Bibel gibt, ist sie nicht von Gott. Ja, ist halt die Frage wieder, was hat man für ein Inspirationsverständnis? Ich glaube an die Unfehlbarkeit der Schrift. Kann man jetzt übersprechen, was das im Detail bedeutet, ob da jetzt jede Zahl in der Generationenfolge identisch sein muss zueinander, aber finde ich wichtig. Oder wenn du Christ sein willst, dann musst du glauben, dass die Erde 6000 Jahre alt ist. Man kann da verschiedene Sichtweisen haben zum Schöpfungsbericht. Ich glaube nicht, dass sie 6000 Jahre alt ist. Verstehe sie nicht so. Kannst du anders sehen, aber wenn du das so siehst, ist es schwierig, wenn du jemandem vermittelst, das musst du so sehen, um ein Christ sein zu können. Weil wenn er dann zu einem anderen Ergebnis kommt und du, ist halt die Frage, findest du es schade, dass er bei dem Ergebnis rausgekommen ist, weil du es anders siehst, aber freust du dich erst trotzdem mit dem Bruder in Jesus? Oder hast du ihm eigentlich in den Mund und in den Kopf gelegt, wenn er bei dem Ergebnis rauskommt, muss er seinen Glauben ablegen? Also willst du das? Willst du Leuten wirklich vermitteln, wenn die Bibel nicht in allen Punkten genau deinem Verständnis entspricht, dann sollten sie ihren Glauben ablegen? Ich finde wichtig, dass wir keinen Alles-oder-Nichts-Glauben rüberbringen. Und damit mache ich Schluss.